Was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Players Unknowns Bellgrounds Oh shit, hier sind zwei Stück gelandet Zack, da hab ich erstmal eine Mickey gegeben Können sie noch mal dran knabbern Oh lol, die boxt mich Komm her du Altex Hier, unfair Schmeißt das Ding da weg So, ich hau ab hier Fuck it Jetzt bin ich übel low, schon Und hab dabei nichts gewonnen Aber da, ich weiß nicht, da oben Ich war einmal da oben auf dem Ding Da war da Loot, da waren da Ich hab dann ein Dreier-Helm her Eine Dreier-Weste, ein Dreier-Rucksack Zwei dicke, fette Waffen Oh fuck Ich bin gleich tot, bevor ich da bin Ich will jetzt gehen, nämlich Eigentlich wollte ich mir da oben eine Waffe snacken Und dann nach unten, nach, äh, zur Containerstadt An novo Prevom Aber so wird das nichts Jetzt bin ich fast tot schon Ich mein, jetzt hab ich ne Pistole Ich könnte da nochmal hochgehen Aber ich weiß jetzt nicht, ob da oben noch Waffen waren Könnte die beide über den Haufen ballern, aber Und wenn da oben jetzt Waffen waren Dann bin ich am Arsch, wenn ich da hochgehe Deswegen, wir rennen jetzt hier runter Und in die Stadt rein Wie sieht die Zone aus? Ja, schön, Pustekuchen Ich brauch ein Auto gleich Sonst bräuchte ich nämlich da gar nicht mehr in die Stadt rein Aber da unten steht halt immer ein Auto Und vielleicht können wir uns da unten schöner weg snacken Also ich muss jetzt auf jeden Fall die Die Zeit ein bisschen im Auge behalten Und da unten stand, glaub ich, einer am Dach Nö, doch nicht Auf jeden Fall wird da schon rumgeballert So, hier mal reingehen Gucken, was das hier so nett es gibt So, wie es aussieht erstmal gar nichts Doch, hier Jetzt mal den Energy reinpfeifen Direkt Schon mal ein bisschen HP wieder kriegen Lademagazin, so, eine Schrotz haben wir schon mal am Start Viel Munition und Verbände Die knallen wir uns auch sofort rein Damit wir, äh Den Red Bull nicht so Für Noppes Ausgegeben haben Aber vielleicht jetzt nochmal full live werden So Einen hab ich noch Achso, kann ich nicht mehr nehmen Okay, alles klar Schrotze nachladen Scheiße ist, dass man beim Nachladen keine Türen aufmachen kann oder so Kompensator Für eine Waffe, die ich noch nicht hab Da ist noch ein Helm Noch mal ein Energy Geil Können wir uns eigentlich auch sofort reinpeitschen Da ist sogar nochmal komplette Heilung Geil Okay Ich hör draußen ein Auto Motorrad, Buggy Der ist abgehauen Ja, da vorne ist noch ein Motorrad Damit könnte ich jetzt eigentlich In die Zone fliegen Äh, fahren Fliegen Jawohl Der M416 Geil Sehr schön ist das Eine M416 zu haben Okay Damit ist doch schon mal was anzufangen Jetzt nur die Frage Hau ich direkt ab Oder gehe ich da noch Gucken, ob ich da in der Stadt was kriege Hier ist nochmal Munition Okay Das ist noch Schrotze, Schrotze, Schrotze 9mm Nix mehr Nix Polizei Weste Stufe 2 Und ein holographisches Schön Noch eins Hier haben wir noch ein Griff Aber das war halt, den hab ich schon Ich glaube ich schnapp mir jetzt das Auto Und hau ab hier Äh, hier das Motorrad Und dann hau ich ab hier Dann ist es mir zu gefährlich Weil hier werden noch Mehrere Leute sein Wow, wow, wow Ey, dann scheiß, den kann ja übel schläg kippen Geht Dann ist mir ein bisschen zu tricky hier Vor allem jetzt über die erste Brücke rüberzufahren Naja gut, die erste oder die zweite Im Prinzip sind die Brücken immer risky Alle beide Da steht ein Motorrad Aber bis jetzt sieht es glaube ich leer aus Aber hier werden oft Hinterhalte gemacht So, wo könnte ich denn jetzt hinfahren? Auf Puschinski? Ich denke ja Ist glaube ich das einfach das Beste Wow, da war ein Leck Aber vorerst würde ich hier nochmal reingehen Und looten Wobei, das sieht so aus Als wenn hier schon einmal drin war Wo komm ich denn da hoch? Äh? Bin ich irgendwie behämmert? Oh nein, da Eine Uzi, aber keine Muni Hier haben wir eine UMP Die nehme ich für die Schrotze mit Ups Okay Rucksack Stufe 1 Brauche ich nicht Ich bin nicht in der Zone Das ist schlecht Okay Höher komme ich hier nicht Ich dachte ich komme hier bis aufs Dach Ah doch hier Aber hier ist nichts mehr Okay Ich bin noch weit weg von der Zone Deswegen ich fahre weiter mit meinem Motorrad Ich gehe in Puschinski Looten Puschinski dürfte eigentlich auch noch leer sein Irgendwo wobei Naja Puschinski war glaube ich genau über die Über der Flugschneise Alles klar Ich darf mich jetzt nicht verabschieden Von meinem Motorrad Ja Rote Zone Alles klar Chill Chill dein Leben Wuh Mit Geld Alter Da vorne ist ein Auto Und jetzt sterbe ich gleich wie in der Ruhrzone Alles klar Ich fahre mal dem Auto hinterher Ich weiß nicht ob die mich schon bemerkt haben Wo ist es? Da ist es Ich glaube offensichtlich geschossen Ja Nicht gut Geronimo Komm mal rein Da sind die Türen schon offen So eben kurz heilen Jetzt bin ich auf jeden Fall in der Zone Also da haben wir gerade noch welche auf mich geballert So ich denke mal die Zone wird sich bei Gatga schließen Heißt ich könnte eigentlich auch direkt weiter Ziehen Aber ich meine nach Gatga würde ich eher laufen Korrekt Jetzt habe ich einen AKM noch Nice Für die Uzi Machen wir mal den Griff dran Das Ding noch dran Alles klar So Zwei geile Waffen Nur weil mir jetzt schon leicht Schiss macht wieder Ist das da gelootet wurde Und da ist auch die Tür oben offen Heißt hier werden welche sein Oh lol macht doch die scheiß Tür auf Links von mir Gehen wir jetzt random in irgendein Haus rein hier Gucken wir was hier so abgeht Verwandt Ich nehme lieber die Waffe als Vollautomatisch Jawoll Helm Level 2 Schmerzmittel Sehr geil Machen wir hier noch Angriff SK12 Gasmaske Brauche ich alles nicht Wo ist die nächste Zone Okay ich bin immer noch drin Okay die Zone wird sich hier irgendwo schließen denke ich So wie die sich jetzt entwickelt hat Die Maske ziehen wir auf Verwenden den immer mit Da ist nichts mehr Jawoll ein taktisches Lager GG Sehr schön Ich mag diese taktischen Lager Jawoll neues Magazin Ich höre hier gar keinen mehr ne Das beunruhigt mich Ein bisschen Eine Splittergranate Noch einer Alles klar hier war so das Sprengstoffhaus Schnellwechsel Magazin Okay ich höre was Aber alles wieder weiter rechts Ich denke mal schon da oben auf dem Berg Bündungsfeuer Dämpfer für ein MG Ich habe kein MG Jawoll noch eine M16 Ach falsche Muni Okay 230 Schuss Das ist geil Wow kleiner Leck T-Shirt nur da drin Okay der ballert Dann haben wir da SKS Hier ist die Garage So ich müsste jetzt so langsam In das Haus will ich noch reingehen Müsste so langsam Richtung Zone laufen Lol da steht nicht genug Platz Und trotzdem hebt er die auf Ne doch nicht Okay ich habe ein Auto Hier ist AK Muni Ne doch nicht 9mm Schade dass ich keinen Snipe mehr gefunden habe Okay gehen wir mal runter Laufen mal Richtung Zone Auf dem Berg Und da wird es halt gefährlich So ich verschleier immer meine Spur Dass ich die Türen alle wieder zu mache Wo ich drin war Da man ja nicht sehen kann In welche Richtung ich gegangen bin Wolle Rucksack Stufe 2 Der airdrop ist hier irgendwo Aber weiter weg Da ist nur ne Hose drin Gar nix Hier nochmal fix rein Ne Schrotze Und ein zweimal Sucher Ich höre ein Auto Okay hier war schon einer drin Ah da müsste man doch auch nach oben kommen oder? Da Ne AKM Ohne Munition Wo muss ich denn jetzt hin? Oh lol Die Zone bewegt sich zu mir hin? Ich will da noch in die In die Lagerhäuser dann 29 Leute leben noch Und ich glaube meine Gegner Die kommen alle nur von hinten Ich glaube die kommen alle nur von hinten Hier war glaube ich auch noch keiner 9 Millimeter brauche ich nicht Noch ne AKM Aber die habe ich ja schon Da ist eine neue Weste für mich Die brauche ich Und die andere haben sie mir zerschossen Jawohl Noch ein zweites Waffenlager Weil ich habe genug Munition eigentlich Laul Warum habe ich schon wieder die Munition dabei? Okay Ich denke mal da habe ich einfach nur das Maximum erreicht 120 Schuss Alto Belli Okay Okay Schüsse rechts Ja rechts wird rumgeballert Ich will hier drüben in das Haus Ich habe schon wieder irgendwie ein Auto oder sowas Jetzt muss ich erst noch mal auf die Zone gucken Okay ist noch nicht so weit Alles klar ich wusste ist dass die hier auf den Berg geht Hier ist eine Vector Ich renne dann jetzt schon mal in die Zone Besser ist das Oh wow Zieht Hat kein Damage gemacht Ich will jetzt erst nach außen laufen Seit ich mir sicher sein kann Dass von hinten keiner mehr kommen kann Da unten wieder rumgeballert Jawohl Den habe ich abgestaubt Ist nur die Frage wo ist der andere der auf den geschossen hat Wo ist er Wo ist die andere Schweinebacke Oh lol Rechts Rechts Nein Mit dem Sniper auf mich geschossen Irgendwo weit hinten Aber ich bin so gut wie in der Zone Da hinten kommt er Jawohl alter Dem habe ich gegeben Dem will ich noch schnell looten Nice alter Fett Ah die Zone kommt schon Das hat er mir abge Jawohl Der hat ein Gulli-Suit gehabt Nice alter Ich habe so ein Gulli-Suit Fett Ey wenn ich die Runde jetzt noch gewinnen Alter Dann ist ja richtig geil Ich habe jetzt so einen scheiß Anzug alter Er hatte also den AirDrop gehabt Richtig geil Okay Okay von der Seite des Hügels wird noch geballert glaube ich Ja Von hier wird geballert Wahrscheinlich da unten an den Autos Beziehungsweise da hinten an den Häusern Nein 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 Oh come on ey wie geht das immer Wie geht das Der schießt mich von da ab Ich stelle mich hier hinterm Baum Der trifft mich trotzdem noch Fuck ey Erstmal so ein Gulli-Suit ey Und direkt in den Arsch geknallt ey Scheiße Direkt abgeschossen Fuck it Naja 14. Platz mit zwei Kills Zwei geile Kills Vor allem wie der Was der Typ für den Abgang gemacht hat War übel Egal Leute Wenn es euch gefallen hat Lasst mir eine Bewertung da Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.